Hallo, damit ein herzliches Willkommen zum Infovideo. Hier geht es schon mit lustig ab. Hallo. Hi. Wir machen hier unsere ganzen gestorben Leute. Gifty, Glasina, Rohro und Ostwind. Ich bin der einzigste Normale hier. Und hier ist mir ja alles überhaupt gequatscht. Ja klar, der Leiter vom Irrenhaus lässt größen. Naja, ich bin der Leiter und ihr seid meine Irrn. Ihr seid meine verirrten Schafe und so. Weißt du? Nee, Quatsch, Matthias, die Hauptzentrale. Die ist bei Gifty drüben. Nein, abgelehnt. Zu spät. Ich bin so liebenswörtlicher Mensch. Gifty, Gifty, ganz ehrlich, das glauben dir weder meine Zuschauer noch die Zuschauer vom Ostwind. Wir schon gar nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ne, ähm, Leute, es gibt auf jeden Fall eine Ankündigung. Und zwar wird Minecraft Vanilla abgesetzt. Wir haben da alle, nehmen wir so den Spaß dran wie früher. Dafür wird Live in der Woods dann täglich kommen. Juhu. Er freut sich vor allem den Ostwind. Ist ja echt sein Lieblingsprojekt. Und... Was gab's noch zu sagen, Gifty? Das ist doch hier unsere Sekretärin, die alles planen. Ich hab keinen Plan. Das ist alles in Ordnung. Ich weiß jetzt nie, um was es geht. Ja, guckt einfach mal vorbei. Wir haben ja jetzt auch noch, ähm, was Neues. Na, was heißt es? Nicht was Neues angefangen. Ab und zu kommt halt mal ein GTA-Video raus, äh, wo wir einfach nur missbauen. Wo es keine wirklichen Aufnahmen sind. Genau. Äh, ja. Wir haben noch das andere GTA, wo wir auf jeden Fall noch die Heiß-Missionen weiter machen. Und auch noch Missionen oder sonst noch was. Ja, auf jeden Fall. Kohle schäffeln und, äh, äh, RP verdienen. Hast du nicht gesehen? Genau. Ja, und das andere, äh, Grand Theft Audi. Bei mir heißt es Fanny Momente. Grand Theft Audi? Wo ich aber auch sagen muss, Osti, dein Thumb hier gefällt mir richtig gut. Danke, danke, danke. Ich bin ein bisschen schön. Das ist nix großartiges, aber es gefällt mir. Ja. Ja, da hab ich auch gedacht, alter Vater, das sieht geil aus. Guckt auf jeden Fall mal beim Ostwind vorbei, auf dem Kanal. Link dann auch noch mit unten in der Videobeschreibung und, ähm, live in der Woods wird dann quasi um diese Uhrzeit, äh, dann erscheinen, wenn, äh, normal Vanilla, äh, da ist. Genau, 13 Uhr. Ja. Es werden jetzt, glaub, noch zwei oder drei Folgen Vanilla kommen, die wir noch, äh, aufgenommen hatten. Mittwoch kommt die Letzte. Danke, Gifli. Ähm, und zu Space Engineers, muss man noch was sagen. Und zwar gab's jetzt, äh, seit, äh, letzte Woche, also wir haben heute, Montag, den 18. April, und wir tun ja immer eine Menge vorproduzieren, vor dem Fall der Fälle, dass da was dazwischen kommt, vor allen Dingen bei Space Engineers. Wir kennen ja alle Kien-Software-Haus. Da kommen ja mal Schnell-Bugs rein und habt ihr nicht gesehen. Und deswegen, äh, konnten wir da jetzt nicht aufnehmen, weil, nach dem letzten Patch, äh, lief, äh, das auf dem Server überhaupt nicht mehr wirklich rund. Also, das war nicht mehr feierlich. So, ähm, da wir da morgen die letzte Folge rauskommen. Ne, heute, heute kommen die letzte Folge Space Engineers, ne? Ja, ja, ja. Heute ist die letzte Folge. Ähm, die, die wir noch in Vorproduktion hatten, ähm, wir müssen da erstmal wieder dahinter kommen, dass wir wieder genug produzieren können, und, ähm, deswegen kommen dann erst ab nächste Woche, Montag, dann erst wieder Space Engineers. Damit wir immer genug, äh, Zeit haben, dann auch wieder aufzunehmen, für den Fall der Fälle, dass wieder was passiert, weil Kien-Software-Haus, ne? Bugs und so. Also, auf dem Single-Player kann's Bombe laufen, auf dem Multi-Player kannst du dann manchmal total vergessen und die schon Echo? Ja. Hallo, Echo. Hallo, Fifty. Äh, äh, ja, ist ja der Echo-Vorosau. Also, Space Engineers am 25. Und danke, Roro. Ja. Bitte, bitte. Also, Space Engineers erst am 25. Viertem. Genau. Das ist superschön. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, für eure offenen Ohren. Es gibt noch was, es gibt noch was, es gibt noch was. Oh, es gibt noch was. Ja, 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 es gibt noch was. Und zwar haben wir hier ein Steam-Cruber. Da könnt ihr, äh, rein und da könnten wir, wenn, wenn, wenn ihr Bock habt, dann auch mal sagen, hier, wie sieht's aus, wir hätten Bock auf das und das geben, habt ihr Bock mal mitzuzocken. Oder da werden halt auch noch mal andere Ankündigungen gemacht, äh, finden hier, wo mein Kanal, hier oben, SmogorArmy. Und, ähm, wird nochmal umgenannt, äh, äh, weil Osti ja auch mit fast Verstandteil der Steam ist, so machen wir mal eine komplette, äh, Steam-Gruppe zusammen. Und, wenn ihr günstige Game-Keys haben wollt, könnt ihr ja auch auf meinen Kanal gehen, äh, Kanal-Info, und da habt ihr hier günstige Game-Keys. Also, die Seite ist echt empfehlenswert. Ja, ist bei mir auch bald, ne? Ja. So, also, wie gesagt, wenn ihr noch mal Bock habt, hier gerade auf Funny-Momente einfach mal mit drinnen rumzutüfteln bei GTA, einfach mal ein bisschen mit abschießen, umballern, abumpen, ähm, abumpen, mal andere Leute dranstecken. Oder den Jungs einfach mal auf die Presse hauen. Danke für die Zusammenfassung. Oder giftig einfach mal kräftig gepflegt in den Rost treten. Genau. So wie sich die... So wie sich die... Genau. Ich krieg der ein Schlampe. Wir quatschen schon wieder zu lange, kann das sein? Ja. Bei meinem Kaffee kriegst du da auch nur einen Herzinfarkt. Sagt wer. Da kriegt er wenigstens mal was. Bei mir steht der Löffel beim Kaffee. Na ja. Weil sonst ja nix steht. So, meine Damen und Herren. Bevor wir uns jetzt hier noch weiter verquatschen, weil es geht schon wieder auf die schiefe Bahn. Dann mal bei uns nicht. Jetzt ist erst die wieder komplett raus. Rojo wollte gerade abmonorieren. Also, wer? Was? Was? Wie? Hä? Sehe ich doch noch nicht ein. Ja stimmt, Rojo, sag doch auch mal was. Äh, was? Gut. Kassina? Ciao Leute. Guckt euch auch gerne die anderen Videos an, falls euch die Let's Plays interessieren. Oder ihr einfaches Motto, wie es Gelaber hört. Oder euch hört euch ein ähnliches Gelaber an. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Viel Spaß dabei. Und tschau. Und tschüss. 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 Aufnahme jetzt bänden, oder? Ja. Könnt man machen, oder? Jetzt? Jetzt? Dann drück ich jetzt den Knopf, dann ist die Aufnahme beendet. Dann drück ich mich. Ich trau mich. Drei, zwei, eins. Ich hab mich nie getraut. Ich hab mich nie getraut. Verdammt. Warte, warte. Drei, zwei. Nein. Aber jetzt nochmal. Ich drück den Knopf, ja. Ich drück den Knopf. Ich drück zuerst. Wenn ich zuerst drücke. Ich tue bis drei, wenn ihr drückt. Eins. Zwei. Drei. Ach, wieder nie getraut. Oh, jetzt drücke ich.